Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Svenja und heute wollte ich mit dir über meine neuen Erkenntnisse sprechen zu dem Thema, dass die Gefühle von den anderen nicht dein Problem sind. Und ich habe gerade dieses Bild im Kopf und möchte es einfach gerade mit dir teilen, dass jeder Mensch auf dieser Welt sein eigenes Spiel spielt. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf, dass eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt sowas wie seine eigene virtuelle Brille trägt und in seinem eigenen Spiel unterwegs ist. Das heißt, der eine spielt das Spiel von Peter, der andere von Tobias, der nächste von Laura, der nächste von Nina. So, als würdest du, ich weiß nicht, als würdest du Pokémon spielen oder die Simpsons oder irgendwelche anderen Spiele. Und jeder ist eigentlich darin bedacht, sein Spiel zu schaffen, um am Ende zu siegen. Was passiert denn, wenn wir dann plötzlich aufeinandertreffen mit einer anderen Person? Dann spiele ich das Spiel von Svenja und du spielst dein eigenes Spiel. Und jedes Spiel ist ja komplett anders, hat unterschiedliche Level, hat unterschiedliche Herausforderungen und sind im Grunde genommen komplett unterschiedlich. Und jetzt treffen wir aufeinander und ich sage etwas oder ich tue etwas oder ich trage etwas, was dir vielleicht gar nicht gefällt. Ja klar, findest du das blöd, weil du bist ja in deinem Spiel und vielleicht ist das, was ich sage, was ich tue, was ich trage, nicht den Regeln konform, welches Spiel du spielst. Das bedeutet im Umkehrschluss für dich, dass wenn du dich auf die Spiele von den anderen konzentrierst, dann wirst du dein eigenes nicht schaffen. Ich habe dieses Bild gerade im Kopf, weil so oft versuchen wir, es den anderen Menschen recht zu machen. Wir versuchen so oft, uns selbst zu verbiegen, um den anderen zu gefallen. Und dabei vergessen wir aber, unser eigenes Spiel zu spielen. Und wenn wir das jetzt einmal gerade auf unser eigenes Leben übertragen, dann ist das, was du sagst und was du tust, wie du dich kleidest, welche Frisur du trägst, deine Verantwortung. Und wenn dann eine Person B kommt und diese Person findet das, was du jetzt gesagt hast, total dumm, vielleicht total lächerlich, vielleicht findet diese Person dich komplett arrogant, vielleicht wirkst du auf diese Person komplett eingebildet. Oder welche Bewertung diese Person auch immer auf deine Reaktion oder deine Kleidung, Frisur etc. draufgelegt hat, ist die Verantwortung von dieser Person. Nur allzu oft versuchen wir, uns so anzupassen, um der Wahrheit des anderen zu entsprechen. Dass wir uns so kleiden, wie die anderen gerne hätten, dass wir das sagen, was die anderen gerne hätten. Nur im Umkehrschluss bedeutet das für uns, dass wir unsere eigene Wahrheit als falsch anerkennen. Und wenn wir unsere Wahrheit als falsch anerkennen und versuchen, so zu sein wie die anderen, dann laufen wir eigentlich vor uns selbst weg. Und wenn wir ständig vor uns selber weglaufen und uns nur nach den anderen orientieren, dann ist das für unseren Körper, für unser ganzes System der pure Stress. Weil du selber damit beschäftigt bist, andauernd vor dir selbst wegzulaufen. Das wiederum bedeutet, dass dein Adrenalinspiegel im Blut steigt, deine Herzfrequenz erhöht sich, deine Pupillen erweitern sich, weil du permanent im Fluchtmodus vor dir selber bist. Das heißt, du bist wie so im Spießrutenlauf und verausgabst dich komplett Tag für Tag, um abends dann auf deinem Sofa zu liegen und nichts mehr hören zu wollen und nichts mehr sehen zu wollen. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den anderen Menschen abziehen und auf uns selber richten und wir anfangen, unser eigenes Spiel zu spielen. Das heißt, du bist in deinem Spiel gefangen und darfst Level für Level schaffen, um noch mehr zu lernen, um noch mehr zu wachsen, um dich noch mehr zu erfahren, um noch mehr in deine Größe zu kommen. Und wenn du dich auf dich fokussierst, wenn du dich auf dein Spiel konzentrierst, im übertragenen Sinne, wenn du dich auf deine Wahrheit konzentrierst und du mehr und mehr zu dir selber wirst, dann bekommst du so viel Kraft und Power zurück, weil du sie nicht mehr dafür verschwendest, dich an andere Regeln zu halten, die deinem Spiel vielleicht gar nicht entsprechen. Das kannst du dir so vorstellen, als wenn du das Spiel, ich weiß jetzt nicht, die Simpsons spielst und rennst in dem Häuschen rum und versuchst aber die ganze Zeit das Spiel Pokémon zu spielen. Komplett anderes Spiel, komplett andere Regeln. Wir dürfen uns auf uns selbst konzentrieren. Und wenn wir uns auf uns selber konzentrieren, dann schaffen wir auch unsere eigenen Level. Dann können wir Level abspielen und Stück für Stück weiter wachsen und weiter in unsere Größe kommen, um am Ende zu sagen, wir haben gewonnen, wir haben gesiegt, wir sind vollkommen durch das Spiel gelaufen und haben alles mitgenommen. Was heißt, das Leben hier zu leben? Mit allen Facetten, mit allen Möglichkeiten, mit jeder Herausforderung. Wir brauchen manchmal auch schwierige Zeiten, um wachsen zu können, um uns daran zu erinnern, wie stark wir eigentlich wirklich sind. Wir brauchen diese schlimmen Zeiten, die wir nicht so gerne hätten, um uns darin zu erkennen, was wir alles schaffen können. Und ich glaube, wir dürfen uns alle darin erkennen, dass wir nicht die Mitspieler in den Spielen von den anderen Menschen sind. Und das gibt dir so viel Freiraum zurück, weil plötzlich, wenn du in eine Situation gelangst, wo jemand anderes nicht gut findest, was du irgendwie gemacht hast, gesagt hast, ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall kritisiert dich jemand oder findet das blöd, was du machst oder findet das nicht richtig, was du machst. Dann ist das ja überhaupt gar nichts, was dich zu interessieren hat, weil du bist ja in deinem eigenen Spiel. Und du bist hier, um dich selbst zu erfahren. Und vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal so Gedanken hast wie Oh Gott, oh Gott, das darf ich nicht sagen, weil dann ist die andere Person verletzt. Das darf ich nicht sagen, weil das macht die andere Person wütend. Und das darf ich nicht tragen, weil das findet diese Person nicht in Ordnung. Diese Frisur kann ich nicht tragen, weil die andere Person sich sonst an irgendjemand anderes erinnern würde. Und da möchte ich dir heute mitgeben, dass das, was der andere fühlt, was der andere denkt, was der andere glaubt, nicht deine Verantwortung ist. Es ist nicht deine Verantwortung, dem anderen vor seinen Gefühlen zu schützen. Es ist genau andersherum, dass du den anderen erinnern darfst. Du bist quasi die Herausforderung in dem Spiel des anderen. Aber du spielst da nicht aktiv mit, sondern es braucht genau das, was du sagst, was du anziehst oder was du trägst. Ist ja auch ganz egal. Aber es braucht das, damit der andere sein Level schaffen kann. Aber das ist seine Aufgabe. Es ist seine Aufgabe, da hinzuschauen. Es ist seine Aufgabe, sich in dieser Situation zu erfahren, um heilen zu dürfen. Aber all das ist nicht deine Verantwortung. Und wenn jemand anderes wütend wird, wenn jemand anderes traurig wird, wenn jemand anderes sich schämt, wenn jemand anderes fühlt, was er fühlt, ist das sein Spiel. Nicht deins. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil es dir deine Power zurückgibt. Weil du plötzlich anfängst, nicht mehr den Fokus auf den anderen Menschen zu haben, sondern dich nur noch um dich zu kümmern. Und mach dich bitte nicht kleiner, als du bist, nur weil jemand anderes mit deiner Größe überfordert ist. Diese Überforderung gehört nicht dir, sondern dem anderen. Und da dürfen wir immer in die Trennung gehen, in den, okay, es ist deine Verantwortung, aber nicht meine. In dem Sinne, ich würde dir gerne helfen, da hinzuschauen, aber wenn du noch nicht bereit bist, das zu tun, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich trage die Verantwortung dafür nicht. Und es ist daher wichtig, dass du dann anfängst, nicht mehr deinen Mund zu halten, nur weil du jemand anderes schützen möchtest. Dass du nicht mehr dich kleiner machst, weil das sonst deine Größe jemand anderes schaden könnte. Und wenn wir alle anfangen, unsere eigene Wahrheit zu sprechen, um uns darauf zu konzentrieren, unser eigenes Spiel zu spielen und uns vollkommen auf dieser Welt hier zu erfahren, dann haben wir alle Menschen auch weniger Stress, weil wir uns nicht mehr darauf konzentrieren, vor uns selbst wegzulaufen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, von dir zu hören und was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und ja, nur das Beste für dich. Deine Svenja Und ja, nur das Beste für dich. 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 Vielen Dank.